Wir werden ganz oft gefragt, welche Unterlagen benötige ich eigentlich für eine Finanzierung. Neben den Objektunterlagen sind natürlich auch persönliche Unterlagen wichtig. Es variiert immer ein bisschen zwischen den Banken, aber im Prinzip wollen trotzdem alle meistens das Gleiche haben. Ganz wichtig sind natürlich die letzten drei Lohnscheine. Gibt es Nebenverdienste? Dann da natürlich Nachweise. Kontoauszüge. Wird eine Steuer gemacht? Dann der Steuerbescheid. Gibt es Kredite oder Leasingverträge? Andere Verbindlichkeiten? Dann das natürlich. Irgendwelche Unterhaltsnachweise, generell Einnahmenausgaben. Also das sollte natürlich alles in irgendeiner Form vorhanden sein. Eigenkapitalnachweis nicht zu vergessen. Und für weitere Fragen stehen wir euch natürlich gern zur Verfügung.